hallo willkommen zurück beim red dogs für unser let's play city skyline ja wir sind zurück können und weiter geht's so wir müssen für immer wenn ein bisschen geduld habe so wieder sie haben gesehen wir haben richtig gebaut jetzt langsam kommen wieder neue anwohner das freue ich mich auch jetzt kommen auch wieder geld in die kasse was haben die hier gebaut was ist das hier ist das ein besonderes haus naja es gibt leute die haben geld die investieren jetzt bei uns super so jetzt ich guck was so wir haben die in die letzte folge wieder ein großer so wie kann man das sagen eine neue einrichtung gemacht wo bei mir ist die diese straße wege das muss die schrug kann ich das ändert priority rode ah ok da kann man setzt auf eine priority rode ok junktion ja das haben wir auch da kann man ampel bauen ah nee stopp nee mach mal ampel ist auch besser und da werde ich auch sagen wir machen auch ampel hier ja das ist ein neues video soll euch haben das nicht gewusst in die erste mal dass ich habe gespielt soll man auch hier eine ampel 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 ist besser ich bin das super mit die ampel wie gesagt vielleicht ist auch besser dass die kriegt man auch weniger chaos in unserer stadt ja weil gucken sie jetzt gerade wo machen wir keine ampel dann ist auch die verkehr relativ so wo kann ich noch ampel setzen wir setzen ampel jetzt gerade ich bin das auch optimal das brennt ist vielleicht die verkehr aber egal gut auf die autobahn vielleicht soll man auch eine ampel setzen da können sie ja auch vielleicht besser ab so ihre auch das muss ich hier auch alles alles weg marie das sieht man schön dass er hat keine mühle keine ahnung diese straße war kaputt ok diese stromleitung war auch kaputt und das machen wir weg das ist neu optimierung so jetzt ich guck dass wir machen auch wieder unsere straße so wo ich habe ein egal das könnte man auch die nachtste mal enden oder so aber mir gefällt mir aber wir können auch ein neue ein neues gründstück kaufen aber gut für den moment ich konzentriere mich eher mehr weil da brauchen wir auch wie gesagt geduld für alles so ich guck was könnte man auch jetzt machen langsam wird schön diese landwirtschaft die aber noch schön leute das ist auch super dass unsere landschaft landwirtschaft funktioniert diese kleine perimeter gut diese industrie oder das muss ich auch was mache jetzt und wie gesagt ich baue plans so wo ist das dass ich park nähe nicht an park oder kann man ihre ihr paar gesetzte für die kinder kann auch etwas machen aber gut erst mal werde ich pack pack baue aber das kostet 5000 nee quatsch kann man nicht kann man nie mehr die wie viel kostet das hier das kostet 4000 ok aber nee ich wollte einzelne baume habe kriegt man das ich weiß nicht mehr einzelne baume hier machen ein kleiner park machen wir kleine park das gut neben die industriegebiet die leute werden es vielleicht sagen das gibt positionen für die kinder ist nicht gut zu spazieren aber vielleicht er hört sich auch diese so zwei park ist auch ok aber wie gesagt ich wollte auch gerade wenn ich bald 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 ding ne wollte man nicht die saß der nee wollte man nicht die saß der info views nee wollte ich nicht so was können wir noch jetzt mache so wir haben jetzt langsam wieder 14.000 aber strom wieder strom brauchen wir ja dann strom ja mehr anwohnerzahl und dann da brauchen wir so viel strom aber ich muss gucken dass wir kriegen auch richtig strom dabei weil so ihr kriegt man auch wieder so aber das ist gerade so warum geht das nicht jetzt mehr anwohner wir haben 2544 554 dann muss ich sagen dass ja strom ist was sehr wichtig für jetzt die leute okay wir haben hier gebaut das ist okay ich werde sagen wir bauen wieder was in diese richtung so straße muss man auch gut dass ich war nicht die leute weg als ob sie werden auch wieder sagen aber nein ich wollte normale straße nicht so eine straße egal so ihr kommt eine straße okay und momentan wir haben 2,6 anwohner das ist super kriegt mal wieder geld und kriegt man auch neue straße entwicklung und kriegt man auch neue bus taxi und da kann man loslegen mit unser verkehr aber gut erst mal bei mir und 38.000 amma das ist auch super so jetzt 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 wie folge ist wir brauchen anwohner wieder mama hier wieder shop shopping für die leute und ihr mama wieder so ihr werde ich auch vielleicht was ihr bauen ihr nicht und ihrer ok gut erst mal wieder straße plane hoppla straße plan wird so dass wir aber noch ein kurzer straße hier und dann hier noch an straße die drüber gehen so moment mal kann ich auch so machen jawohl und da mache ich auch ihre so was ich versuche alles was zu mitnehmen was ich kann so egal wir haben jetzt wieder eine kleine perimeter so entschuldigung jetzt mama strom weil wir brauchen strom wieder strom und wasser aber im strom werde ich in diese neue hier aha okay das stellt man hier für 18 moment da kriegt man schon 18 17 ich werde sagen wir machen für 18 18 das kostet viel geld aber dann aber wieder auch viele strom auf einmal das hat das ist eine investition die sich rentieren jetzt muss ich gucken wegen wasser weil wasser ist wieder das problem ach ja ich baue eine wasser wasser ihr etwas da kriegt man wieder an wasser produktionen und mama so folge ihre und ich muss hier gucken dass wir kriegen auch hier und ich habe auch nicht gesehen dass darüber ist auch nicht so wasser okay jetzt ich gucke normal ist wasser überall oder ja wasser haben wir überall so sehr gut und jetzt diese neue diese neue ihre so werden wir auch wieder einwohner machen ja das ist auch jetzt viel verlange einwohner ob 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 es freut mich dass die leute auch kommen zu uns in unserer stadt die leute auch so so ich muss gucken ob wir machen sofort aber für den moment das ist ok und zur industriegebiet ist wiederum lauf so wie immer und die gebaut steige noch wir können auch sehen ob zoom 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 welcher aus hat sich diese aus okay ob la bla bla schuldigung dass ich habe die falsche das gedrückt so jetzt ist folgendermaßen hier werden wir auch etwas machen hier weil das ist auch alles leer und das gefällt mir auch nicht ne wollte man nicht wollte ich immer in shopping zone so ok und ihr mama auch wieder anwohner einwohner 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 und ihrer ihr 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 ja wir müssen auch viele leute nehmen in unserer stadt wir können auch nicht sagen wollen wir keine leute so da kommen viele leute bestimmt und wie gesagt wir müssen auch etwas machen für die kinder weil wir haben auch nichts gemacht für die kinder für den moment ich gucke auch dass wir haben auch wasser weil ich habe auch nicht gesehen oh ne 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 wir haben auch keine wasser hier haha ich baue ich baue aber wenn die haben keine wasser ist auch alles schlecht so wie gesagt ich nehme viel folge auf weil ich will dass jeden tag kommt eine folge danke für euch dass sie sehen auch dass die projekt geht weiter und ich habe sowieso noch ein neues projekt der auch bald kommt auf meinem kanal wenn infinite tanks ist auch fertig vielleicht ist das jetzt auch schon drauf wird mal sehen ich weiß nicht ganz genau ich kann euch nicht alles sagen jetzt gerade aber mir gefällt mir diese projekt ich hoffe bei euch auch unsere stadt wachsen und da kommt auch viel anwohner so a und friedhof muss ich auch bauen haha aber wo kann man auch diese friedhof bauen ich muss auch gucken weil wenn die leute sterben weil wenn die leute sterben da brauchen die auch am friedhof so ihr zum beispiel ist auch an straße frei da werde ich sagen ich baue noch eine neue straße ihre aber wir können auch mit mit tram so straße bahn machen ok aber jetzt ich gucke dass wir bauen auch an normale straße weil ich will auch diese so jetzt Achtung wo war das ne friedhof 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 ah jetzt so aber ich guck ah da kommt auch gebaut weg wenn ich mache das hier egal oder soll mal das lieber ihr stelle ja ich werde zu ihr stelle so Achtung da komme ich und da baue ich diese diese friedhof diese friedhof hoppla friedhof ihre jawoll friedhof ist da ja mit 3.197 anwohner da brauchen wir auch eine friedhof oder ich mache kurz pause ich weiß nicht wie okay das ist okay ich habe noch genug zeit noch fünf sechs minuten mal gucken so ja manche part werden lang manche nicht ich gucke das immer ein bisschen switche switch nebenbei das ich krieg doch immer eine gute folge so jetzt ich sehe gerade dass wir aber noch etwas hier was ist los was ist das hier not enough educated wo ok das gibt noch nicht genug leute mit education ok und da muss man wieder etwas bauen mit schule schul dann ich guck mal schulwasser macht ah wir können jetzt auch eine eigentlich cool so eine große schule bauen aber das kostet doch 24.000 das ist noch nicht im plan für den moment werde ich sagen nur was ich werde einfach noch bauen nur was ich werde einfach noch bauen wir warten wir warten er soll warten mit seine geschäfte so jetzt oh jetzt wir sehen gerade das kippt schon ein großer verkehr ah ja das sind alle traktoren alle traktoren die gehen oje oje und das ist chaos jetzt wir sehen gerade aber gut das ist auch gut gemacht dass ich aber auch ampel reingesetzt dass die verkehr werden optimal und da muss ich guck so die industrie bereich ich werde das brauchen ja 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 gucken sie die trek ihr seht schon das ist so viel dreck ja ich wollte ja ja ich habe auch gesagt wir bauen etwas für die kinder wo war das für die kinder ich habe auch gesehen wie wir können karussell bauen und aber ich gucke ja ja ist das ein karussell wie viel kostet das oh 3,5 okay dann bauen wir mal ein karussell werde ich sagen für die für die kinder so 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 wir müssen auch um die kleine denken und was haben wir hier eine japanische garden okay wir bauen auch einen japanischen garden neben dran dass die leute haben dass die leute haben auch botanique garden oh das kostet zu viel geld so und hier haben wir mal wieder was ah wieder für die kleine okay für die kleinen bauen wir auch so da haben wir auch für die kleine gedacht das nicht die kleine denken das gibt nichts in dieser dieser stadt für uns wir wollen weg aber die verkehr werden langsam das wird langsam zu viel ihr seht auch schön dass die traktor die kommen auch das kommt der traktor okay aber dafür ich mache diese part am ende ich bedanke mich noch für zuschauen und wir sehen uns mit einer neuen folge und ciao